der Kusserweiterin vorliegenden ist ja beim letzten Mal war es kurz davor dass die ganzen Bäume ausgetrocknet sind und ja ich würde es einfach mal sagen wir müssen uns jetzt ranhalten mit den ganzen wollen ich wollte nämlich auch noch so was und für alle die die es jetzt als erstes mal sehen und es noch einmal kurz ein paar Leitern mann alle die es jetzt erst mal sehen er kommt das mal an folgen an mein kraft vor die vorher ist die ganze story gibt er frei für die freie meister vor die vor und sie ja ich muss uns uns mal gleich zu gehen rüber und ist das nicht schon so schnell außen rum Okay, Leute, hier wollte ich dann noch diese kleinen Häuser aufbauen. So. Bado. So. So. Machen wir jetzt hier mal so ein bisschen höher. So wie bei meinem Haus. Türen. Ja. Das ist super. So, okay. Number one. So. Ja, den. Da machen wir immer so Steinwege. Ach, ja. Ah, das ist eine Kau. Oh, das ist eine Kau. Die jetzt über drei Folgen gereicht haben. Alles weg. Wie vom Erbbogen verschluckt. Ja. 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 Vielen Dank.